Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo am 11.12.2016, also kurz vor Jahresende. Und ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei reden. Weswegen ihr wahrscheinlich hier alle eingeschaltet habt, ist der Stand über Marcelo. Ja, Marcelo geht es gesundheitlich gut. Und privatmäßig, arbeitsmäßig ist er im Moment, ja, ich sag's mal so, er hat einige Probleme, die er bewältigen muss. Und das ist absolut notwendig und wichtig. Und Bladi und ich, wir können das voll und ganz verstehen. Und Marcelo, wir drücken dir die Daumen. Marcelo guckt auch so ab und zu noch Videos abends zum Entspannen von der Arbeit. Ja, wir drücken dir die Daumen. Wird schon alles gut gehen. Hoffe ich für dich. Hoffen wir für dich. Und du machst das schon. Und mach dir keinen Stress wegen anderen Sachen. Konzentrier dich da auf die Arbeit. Das ist absolut wichtig, dass du da erstmal ins Reine kommst. Wir wissen, dir geht's gut. Wahrscheinlich werde ich dich auch so ein paar Mal dann noch anschreiben, ob es dir dann gut geht, ob es dir besser geht mit der Arbeit. Je nachdem. Wie gesagt, ich hoffe, dass wirklich bis zum Jahresende bei dir alles gut geht mit der Arbeit. Und ja, das ist die Info zu Marcelo. Also privatmäßig geht's ihm gut, gesundheitlich. Hat ein bisschen Stress, kann man das so sagen. Er hat nicht mit YouTube aufgehört. Möchte der auch nicht aufhören. Dem macht das alles Spaß. Auch mit dem Zocken und so. Findet aber absolut keine Zeit dafür, weil er beruflich ziemlich eingeschränkt ist, sag ich's mal so. Ja, dann kommen wir zu einem nächsten Thema und das ist Bloody. Bloody ist auf Bandtour, soweit ich das weiß. Gönnt Bloody auch mal eine Pause. Also, ich hab bei ihm ein paar Videos gesehen, wo geschrieben wurde, ob er wieder was Neues macht und so. Also, das übliche eigentlich bei Bloody auf dem Kanal. Äh, lasst ihn auch mal seine Freizeit, sag ich's mal so. Und, ja. Ja, wir haben uns nicht aus den Augen verloren, wir drei. Wir werden auf jeden Fall zusammen noch was machen oder einzeln. Da kommt auf jeden Fall noch was. Gut, dann. Meine Videos zum Kanal. Ich hab in letzter Woche, oder die letzten Wochen, ziemlich viel abgeloadet. Jeden Tag eigentlich ein Video in der Woche. Diese Woche wird erstmal nichts kommen. Ähm, von montags bis freitags, weil ich die Sachen noch nicht aufgenommen habe, keine Zeit dafür gefunden habe. Und, ja. War zu viel Stress. Ähm, das hört jetzt aber nicht auf. Ich werde nächste Woche, werden wieder Videos, also übernächste Woche werden wieder Videos kommen. Ganz normal. Nur diese eine Woche halt eben nicht. Dann die Top 20 wird wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen. Also Top 20 Spiele-Soundtracks wird noch dieses Jahr kommen. Sehr wahrscheinlich. Und, ja. Das war's eigentlich soweit. Jetzt hab ich hier nur noch einen Punkt. Gossip 3 Videos. Der Stream. Äh, Stream werde ich erstmal nicht. Hab ich erstmal keine Lust drauf. Äh, ich möchte die lieber in Form von YouTube machen als Let's Play. Finde ich, äh, für mich angenehmer und schöner. Deswegen wird Gossip 3 nicht als Stream kommen, sondern wahrscheinlich als Videos. Sobald ich mit Rückkehr so gut wie fertig bin. Also kann noch eine Weile dauern. Ne, so lange natürlich nicht. Ähm, ich will aber wirklich nur zwei Projekte auf meinem Kanal haben. Das heißt, Pokémon Kolosseum wird auch, äh, fertig gemacht. Und sobald ich das fertig hab, will ich erstmal eine Zeit lang nur Rückkehr machen. Und dann kommt erstmal Gossip 3 mit. Der Content-Mod 3.1 oder, äh, wahrscheinlich wird's dann schon wieder eine neue geben. Je nachdem. Das werden wir dann sehen. Äh, das war's aber jetzt mit dem Info-Video. Äh, nur zu informieren geht's auch gut. Und, ja, dann hoffe ich, euch geht's wie, äh, geht's auch gut. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao und macht's gut.